Als Star-Trainer kann ich nur raten, nicht nur das Board zu bespielen und zu hoffen, dass man besser wird, sondern die geeigneten Trainingsmethoden und Übungen herauszusuchen, den Fokus, die Aufmerksamkeit, die Konzentration, die mentale Stärke, das zu entwickeln, das ist das, was dich dann auf jeden Fall weiterbringt. Alles andere ist im Endeffekt, du machst irgendwas und hoffst, dass du durchs Spielen besser wirst. Schau dir mein letztes Video an, da ist eine Übung drin, die hervorragend geeignet ist, um diese ganzen Sachen zu erklären. Du verbesserst auf jeden Fall deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit und das geht da in den Bereich des Visualisierens rein und Visualisieren ist eine Sache, die kennen wir aus jeder Sportart. Der Bobfahrer fährt durch den Kanal durch und genau richtig alles gemacht. Wir können das nutzen, wie jeder andere Top-Sportler, indem wir dann mit diesen Visualisierungsmaßnahmen und Hilfen unsere Ziele auch wirklich treffen. Guck dir das Video an und abonniere den Kanal.